Ich habe das Gefühl, die Hemmschwelle in so ein kompliziertes Thema zu gehen ist beim Kino manchmal geringer als beim Musiktheater. Ich habe manchmal den Eindruck, da geht man lieber hin, um sich zu vergnügen. Und wir tun halt nur in den Bernstein so ein bisschen so, als ob es um Vergnügen geht. Aber eigentlich thematisieren wir ja das Problem von Vergnügen statt sich mit etwas auseinanderzusetzen. Es sind zwei Stücke, die auf ganz unterschiedliche Weise die Frage thematisieren, wie wir leben wollen, wie wir Beziehungen führen wollen, was Menschen in Beziehungen hält, was Menschen in Beziehungen zusammenhält. Das eine, Twice Through the Heart, ist die Geschichte einer Frau, die über Jahre von ihrem Mann brutal misshandelt wurde, die ihn dann in Notwehr erstochen hat, die als Mörderin ins Gefängnis gegangen ist und die eigentlich jetzt noch Jahre später an dieser Situation hängt und nicht aus dieser Situation rauskommt. Und die in einem albtraumartigen Zustand die Erinnerungen ihrer Ehe und wie sie ihn umgebracht hat und was alles dranhängt, eigentlich jede Nacht wieder durchlebt und nicht von diesen Erinnerungen und von dem, was sie erlebt hat, aber auch von der Liebe an diesen Mann loskommt. Und das andere Trouble in Tahiti von Bernstein ist ein auf den ersten Blick total gegensätzliches Stück, weil es total freundlich ist, weil es total laut ist, weil es total schrill ist, aber es geht auch um ein Paar, nämlich um Deiner und Sam, die eigentlich im materiellen Wohlstand leben, nach außen hin die perfekte Beziehung haben, das perfekte Leben führen und trotzdem aber nicht glücklich miteinander sind. Und wo ziemlich schnell klar wird, die haben sich eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich denke, man merkt den Konflikt in Bernstein viel stärker, wenn man davor die Geschichte von dieser misshandelten Frau, die aber ihren Mann unheimlich geliebt haben muss am Anfang ihrer Ehe, gehört hat, die im Turnage erzählt wird. Und da es bei uns ja sogar noch dieselbe Darstellerin ist, muss man sich dann denke ich doch in jedem Fall fragen, was, warum ist es nicht dieselbe Frau oder könnte es doch dieselbe gewesen sein oder wohnen Sie quasi in derselben Straße? Ich denke, gerade da die Beleuchtung in diesem Fall von dem Schicksal der Frau ist wahnsinnig spannend. To be this woman on stage for me, it's also a challenge and also adventure and also a little bit suffering. Für Trouble in Tahiti war tatsächlich so das erste Bild, das so im Kopf war, war das Einfamilienhaus. Das Einfamilienhaus so irgendwie als Symbol einerseits steht das ja für sowas, für so ein kollektives Massenprodukt und andererseits aber halt auch für so eine vermeintliche Erfüllung auch so des privaten Glücks. Und für den Bündenentwurf selber habe ich dann eigentlich einen Vorort von Darmstadt, also einen Ausschnitt aus der Stadtkarte gewählt und das dann im Modell nachgebaut. Und das haben jetzt die Werkstätten in groß für die Bühne umgesetzt. Im Süden von Darmstadt, so viel verrate ich. So, steht auf.